Ich bin der Lettter. Ich bin der Lettter. Sehr gut. Und du? Geh an die Leute, die... Ja, ich bin schon an. Ich bin Elmar beieinander. Und ich bin... Alexander. Vielen Dank. Wieso kommst du da raus? Wie sieht doch da ein Blutalin geholt? Hast du gar keine Rechte? Ja, die kann ich jetzt nicht erzählen. Wieso denn? Ist es leicht dreckig, oder? Hast du dich nicht erinnert? Nein, die brauche ich jetzt gerade. Was? Die brauche ich jetzt gerade? Wie hast du heute... Du dir ondass. Du sollst dir ondass hinterlassen, oder? Jetzt gehts jetzt. Guck dir an die Geruch, nein. Eine Internissabdichte. Gut machst. Was? Dann drücke ich die Hand aus den Brust. Weißt du nicht, ob du da eine Freude nimmst? Wieso würdest du wahrscheinlich dein Gesicht verlieren? Brust. Ich bin nämlich Baulich. Brust. Du bist der Bauchener. Ja, jetzt hast du dein Lampenfier abgelegt. Weißt du was? Wir singen ein Lied. Okay. Das ist von Frank Sinatra. Nein, nein, das ist Frank Sinatra. Okay. Frank Sinatra. Mein Will. Euer Audizitär. Das ist von Frank Sinatra. Das ist von Frank Sinatra. Und jetzt ist der Ende nahe. Und so ist mein Gesicht. Der letzte Kürte. Du, mein Freund. Ich sit in die Glebe. Ich stehe meiner Gäste. Auf welch ein certainly good? Ein Lift. Well, I start in school. Ich trage dich, wenn alle heile entwohlen und man schworfen wüssten. Ich habe gedacht, dass du einen sein kannst. Ich habe gedacht, was manchmal sein muss. Gut, ich habe dich genannt. Es war nicht viel, was ich belohne. Ich lasse dich an, was man braucht. Ich hielt die Hand auf und auch zu lieben, dass du besorgen konntest. Ich weiß nicht, denn das wär ein Mensch, der keiner hieß, der nicht als Mensch. Ich habe dich genannt. Ich habe dich genannt. Und mit diesen leitigen Gästen folgen wir uns von den Paratschinen. Schön, dass wir Ihnen zu Gast sind. Es war Tschin von mir, Henry und Elba Beinander. Tschüss, Herr Gott. Tschüss.